Hallo und herzlich willkommen hier bei The Knife Papier. Heute mal wieder mit einem kleinen Unboxing für euch. Wie ihr am Titel schon erkennen könnt, reden wir heute über den Spyderco Bellio. Einen Stift, den Spyderco ja schon vor etwas längerer Zeit rausgebracht hat und der jetzt auch endlich mal seinen Weg zu mir gefunden hat. Der Spyderco Bellio, der Name lässt es schon vermuten, ist ein Stift, der ähnliche Funktionen bietet wie ein Belly Song oder ein Butterfly Messer und ich würde vorschlagen, wir schauen uns das Ganze einfach mal an. Hier simpel in Plastik verpackt, aber das ist auch ein leichtes kleines Ding. Da finde ich es schön, dass diese Verpackung schon so transparent hier kommt. Hier steht auch glaube ich nicht mehr viel drauf. Doch hier doch Spyderco Lightweight Schwarz. Ich habe mir das Ganze in Schwarz und Lightweight gekauft. Den gibt es in vielen verschiedenen Versionen. Das kann ich hier schon mal verraten und dann schauen wir uns hier noch mal ganz kurz dieses kleine Booklet an, hätte ich fast gesagt. Ja, da sind hier so ein paar nette Tricks für Einsteiger Schritt für Schritt erklärt. Ich persönlich werde diesen Zettel definitiv mal studieren und brauchen, denn ich habe aufgrund der Nichtvorhandenheit von irgendwelchen Butterfly Messern tatsächlich null Erfahrung damit. Jetzt schauen wir uns aber erstmal hier den Stift an. Lightweight und Schwarz, das habt ihr ja gerade schon an der Verpackung gesehen. Genau so fühlt es sich tatsächlich auch an. Ein ziemliches Leichtgewicht und ich muss schon sagen, ja, das kenne ich natürlich auch. Das ist kein Geheimnis. Ich merke hier schon, ist ein gutes Spiel drin in diesen Armen. Aber wie schon gesagt, das fällt jetzt nicht mehr als erst mal auf. Das war mir auch bewusst. Das ist mittlerweile ein ziemlich erschwinglicher Artikel. Ich glaube, ich habe ja roundabout vier Euro dafür bezahlt in neu. Da kann man nicht allzu doll meckern. Ja, ich würde sagen, wir legen hier einfach mal los. Bitte seht mir nach, dass ich keinerlei Erfahrungen mitbringe, wie man mit Butterfly Messern umgeht. Dementsprechend bin ich hier auch mit Sicherheit nicht der, der direkt hier coole Tricksauflage hat. Aber ihr seht schon von der Funktionalität funktioniert das ähnlich. Ich mache hier mal ganz kurz die Kamera ein kleines Stück höher. Funktioniert das ähnlich oder ist angelehnt an einem Butterfly Knife. Das bedeutet, ich kann wirklich beide Enden hier raus schwingen lassen und habe als Klingenersatz dann in der Mitte meinen Kugelschreiber. Und ich glaube tatsächlich, wenn man dann tatsächlich möchte, kann man damit auch schreiben. Das müsste hier so ein Drehverschluss sein. Ach ja, genau. Tintenfarbe dürfte in diesem Fall auch schwarz sein. Und was natürlich direkt auffällt, sind diese Gewichte, die hier eingebaut sind, damit das Ganze ja auch irgendwo so ein bisschen, ein bisschen Anmutigkeit von einem Butterfly Knife oder sonst was bekommt, damit diese Technik auch überhaupt funktioniert. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wenn man den ein oder anderen Move kann, dass das Ganze auch tatsächlich Spaß macht zu benutzen. Und dafür habe ich es mir tatsächlich auch gekauft. So ein bisschen, um auf der Arbeit ein paar Menschen damit auf den Geist zu gehen. Hier ist so eine Art Pocket Clip hier an beiden Seiten verbaut. Scheint mir auch gut zu funktionieren. Und ich bin tatsächlich mal gespannt, wie es sich anfühlen wird, mit dem Ding wirklich zu schreiben. Weil ich glaube, dafür ist es natürlich in erster Linie nicht gedacht. Aber von einem Stift erwarte ich persönlich tatsächlich auch, dass er als Stift funktioniert. Ja, das soll es hier fast schon gewesen sein. Wirklich kurz und schmerzlos ein Unboxing von diesem lustigen Fidget Pen, würde ich mal sagen. Ich schaue mal, dass ich irgendwann mal dazu komme, hier so den ein oder anderen Move zu üben, zu lernen, damit ich euch hier auch ein bisschen was vorführen kann. Ich muss ganz ehrlich sagen, es gibt diese Version jetzt ziemlich überall für relativ kleinen Preis. Das müsste die zweite Version oder die zweite Generation des Bellios sein. Die gibt es auch schon in etwas Neuer. Da sind dann auch so Sachen wie diese ziemlich wackeligen Arme angeblich deutlich besser gelöst. Ich wollte jetzt aber bewusst die günstige Version haben. Zumal ich ohnehin weder Vergleichswerte noch Erfahrungen auf diesem Gebiet habe, dachte ich mir, reicht das zum Einstieg auf jeden Fall für mich. Und ich bin sehr gespannt, ob ich den jetzt auch wirklich zum Einsatz bringe. Ihr könnt mir sehr gerne mal in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch einen der Bellio Stifte habt und wenn ja, welche Generation und vielleicht kann der ein oder andere mehr mal ein sinnvolles Beginnertutorial hier verlinken, damit ich hier mal aus den Hufen komme. Ich danke euch auf jeden Fall jetzt, dass ihr hier eingeschaltet habt bei The Knife Pub und hoffe, ihr habt Spaß gehabt mit diesem kleinen Unboxing Video und ich wünsche euch noch einen schönen Tag.